Moinsen ihr Füchse und Füchsinnen da draußen, ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Elden Ring. Im letzten Part haben wir uns eine kleine gemütliche Umarmung abgeholt und machen uns heute aber weiter dran, uns jetzt langsam mal in Richtung des ersten Legacy Dungeons vorzuarbeiten. Bevor wir das aber tun, ich habe noch ein bisschen Feedback von euch bekommen, während ich gerade hier aufnehme. Und die will ich doch direkt mit einfließen lassen, wenn wir doch eh schon dabei sind. Jetzt müssen wir nur erstmal gucken, kann ich hier an diesem Ding schon irgendwas machen? Ich weiß, man kann nämlich irgendeine Tränen einsammeln, an der Tafel der Gnade rasten. Zeit vertreiben, Flaschen, Zauber leeren. Geht da irgendwas? Flaschenaufladung hinzufügen. Ja. Geil. Flaschen verstärken. Nicht im Moment. Okay, wir müssen eine Flaschenauffüllung verteilen. Sieben mal Helds. Nice. Das passt. Zauber lernen. Über das Menü Zaubern lernen könnt ihr Zauberreihen und Anru... Ich habe gerade ein Bonbon gegessen, weißt du? Und das ist ein Chili-Bonbon. Und mein ganzer Mund ist Zauber, Alter. Könnt ihr Zaubereien und Anrufungen sammeln. Ihr müsst einen Stab ausrüsten, um Zaubereien zu wirken oder eine heilige Siegel, um Anrufungen zu sprechen. Das Wirken von Zaubereien und Anrufungen verbraucht FP. Eure Speicherplätze legen die Zahl der Zaubereien und Anrufungen fest, die ihr sammeln könnt. Ihr könnt die Zahl eurer Speicherplätze erhöhen, wenn ihr einen Speicherstein erhaltet. Aha. Das heißt, ein Speicherstein ist dann doch ein... Okay. Truhe sortieren, Kriegsasche verlassen. Das war's schon. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, dann move'n wir jetzt erstmal gleich wieder hier davon. Ich wollte nur gucken, ob ich noch irgendwo was kaufen kann. Danke. Würdest du eine Inkantation lernen? Was hast du denn so da? Anrufungen, studieren. Dringende Heilung. Ja, nö. Du musst jetzt erstmal nicht sein. Lass mal stecken. May the golden order shine through you. Ja, danke dir. Und du hast echt ein schönes Auffert an. Also ich finde diesen Halskragen da immer noch sehr gelungen. Hat hier irgendjemand von euch vielleicht noch was zum Handeln? Hallo? Vorsicht vor Talent. Der chillt hier nur rum. Will denn keiner mit mir was handeln? Da, die beiden sind bekloppt. Hallo? Kaufen. Eine Klageperle anbieten. Kann man das machen? Keine Klageperle zum Anbieten. Kaufen. Blauer Losungsring. Weißer Losungsring. Er bittet bei Invasion die Hilfe eines Jägers. Antwortet auf einen Hilferuf von Jägern. Runenbogen. Gewährt bei Verwendung den Segen einer ausgerüsteten großen Rune. Was ist denn das? Trickspiegel des Wirts. Nehmt Gestalt als Gast an. Ach, das ist alles so PvP-Gedöns, würde ich sagen. Dieses weiße Ding könnte ganz nett sein, tatsächlich. Wie viele Runen haben wir denn noch? Müssen wir mal eben gucken. 9000. Ja, geil. Ups. Moin. Darf ich bitte von dir... Was ist er hier? Ritterhelm. Ich hätte gerne dieses weiße Ding. Das ist nicht verkehrt. Er bittet bei Invasion die Hilfe eines Jägers. Das heißt, wenn ich invaded werde, dann wird automatisch gleich mal nach Verstärkung gerufen. Das können wir uns mal kaufen. Sehr schön. Gut. Sehen wir hier auch durch. Benutzt ihr einen weißen Losungsring, schickt ihr automatisch einen Hilfegesuch für Jäger an andere Welten, sollte jemand in eurer Welt eindringen. Den Ring könnt ihr auch verwenden, wenn Eindringen schon in eurer Welt eingefallen sind. Der Jäger erscheint, sobald jemand euren Hilferuf erhört und seine Aufgabe ist dann, den Eindringen in eurer Welt zu besiegen. Klingt nett. Danke dir. So, aber irgendwie, dass ich hier Schmiedesteine kaufen kann oder so, sieht nicht danach aus, wa? So, jetzt gehen wir nochmal zurück zum Schmied. Das wurde mir nämlich auch beigepoolt, dass es eine Story-Quest rund um den Schmied gibt. Dafür müssen wir aber erstmal mit ihm schnacken. Moin. Ja, weiß ich, das hast du schon mal erzählt. Hat ich mit dir denn jetzt schon... Ihr seid gefangen? Nee, es ist viel, nein. Gegen euch hier gehe ich keinen Kross. Es ist aber schuld, dass ich hier gefangen bin. Außerdem schmiede ich recht gern. Trotz meiner Andersartigkeit werden die Waffen immer stärker. Mit der Zeit zahlt sich die Technik eben aus. Außerdem hilft es mir zu vergessen. Das nackte Grauen ihrer... Ihrer? Waffe verstärken. Um jetzt auf Stufe... ...3 zu kommen, bräuchten wir noch zwei Schmiedesteine. Das sollte doch machbar sein. Also ich würde sagen, bevor wir den ersten Legacy-Dungeon machen, müssen wir noch zwei Schmiedesteine finden, um unsere Standardwaffe eben auf drei zu bringen. Und ich denke, da sind wir ganz gut gerüstet. Es ist aber auch nicht so schlimm. Wir müssen eh noch ein bisschen rumeiern, denn ich habe noch ein bisschen Feedback von euch bekommen. Tatsächlich. Das ist egal. Während ich aufnehme, weil ich beantworte vorher ja immer schon die ganzen Kommentare, bevor ich dann loslege. Und während ich aufnehme, kriege ich die ganze Zeit wieder Antworten drauf. Das ist grandios. Das macht einfach so Bock mit euch. Guti. Aber dann sind wir jetzt hier erstmal durch und machen weiter. Unser Weg führt uns zunächst einmal... Alter, wie groß diese Map noch ist. Das ist doch verrückt. Unser Weg führt uns zunächst einmal jetzt hier hin. Wo gehen wir am besten weiter? Gehen wir erstmal hier hin. Die Hütte am Sturmhügel. Denn hier in dem Bereich, wenn ihr euch vielleicht noch erinnert, da war ein Friedhof mit Quallen. Ich hatte die gesehen, aber da bin ich hingegangen, weil ich Schiss hatte. Inzwischen sind wir, glaube ich, stark genug, dass wir das machen können. Und dort gibt es wohl auch einen Summon, so einen Quallen-Summon, der gut zum Ablenken ist, hat mir der gute Flo geschrieben. Deswegen sollten wir das mal machen. Und dann gehen wir jetzt nochmal hier in diese Hütte rein. Mir wurde von euch auch mitgeteilt, dass es sich lohnt, mit den Leuten öfter als einmal zu reden. Das habe ich mit ihr damals nicht gemacht. Und das ist aber wichtig, dass man mit ihr mehrmals redet. Deswegen machen wir das mal eben. Du bist alles auf eurem eigen, sind Sie? Und gehen nach Sturmbeil-Kastel. Enteistet von derjenige in der weißen Maske, ich glaube. Oh, you've come to be one with the spider. Wow, that makes us two peas in a pod. But I don't have your courage. It's scary, you know, having your arms cut off. Or legs. Or your head. I want to be like everyone else, but I'm just too scared. I'm nothing but a craven. Oh, I know. Can you take this little one along with you? Asche der Geisterqualle, da ist es ja schon. The poor thing deserves someone braver than myself. And the spirits look rather fondly upon you. It will be glad of your company, I think. The little one. Schön. Noch was? Hat mich auch wirklich gefreut. Can you pass on a message for me? If you see the little chrysalids in Stormvale Castle, tell them I love them. And that, despite my craven heart, I'm sure I'll be joining their clubs soon enough. I'm finally getting the hang of this whole pain thing, you know. Okay. It was a pleasure to see you. Oh. Can you pass on a message for me? If you see the little chrysalids in Stormvale Castle, tell them I love you. Okay. Mach ich. Alles klar. Danke dir. Das war das. So. Jetzt trotzdem, weil wir da noch nicht waren. Lasst uns einmal in diesen Bereich gehen. Denn ich denke, hier unten in diesem grünen Bereich ist was. Da sollten wir hingehen. Sturmfußkatakomben waren wir schon. Aber hier, ob halt hier unten noch was ist und ob hier drinnen noch was ist. Ich setze mir da mal eine Markierung und dann gehen wir da mal eben hin. Okay. Gehen wir mal ganz hier müde. Wir können eigentlich auch reiten, oder? Könnten wir mal machen. Unsere Flasks sind auch noch nicht Level 2 geworden. Da habe ich auch gehört, dass es da irgendwie eine Kirche gibt. Die wurde mir mitgeteilt. Und das war, ich habe das glaube ich verwechselt mit der Kirche, wo ich invaded worden bin. Aber es gibt in diesem sumpfartigen Gebiet wohl eine andere Kirche. Und da. Hallo. Da kann man. Seine Flasks irgendwie upgraden oder sowas. Und dann heilen die einen deutlich mehr. Das wäre natürlich sehr hilfreich für uns. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ja, guck da sind die Quallen. Ich wusste doch, dass da die Quallen sind. Derart Quallen. Aber wir müssen einen Weg nach oben zu den Quallen finden. Da geht es zu den Quallen. Ich will einfach wissen, was da abgeht bei den Quallen. Let's go. Ich steige erst mal von meinem Pferd ab. Und dann schauen wir mal, was hier passiert. Vielleicht sind die ja gar nicht so stark, diese Quallen Gegner. Oder die sind übel. Okay, die sind zum Glück gar nicht stark. Überhaupt gar nicht. Aber die werden so rot. Das ist bestimmt nicht gut. Das ist bestimmt nicht gut, wenn die so rot sind. Aber das macht nichts. Wir kümmern uns da jetzt erstmal vorsichtig drum. Hallo, Qualle. Eine schwabbelige Angelegenheit, nicht wahr? Die sind wohl alle miteinander vernetzt. Und werden dann aggro. Einfach entspannt bleiben. Ich bin nur hier, um euch umzukriegen. Also ist alles ein. Ich müsste keine Sorgen um euch machen. Oh, die hauen mit ihren Tentakeln nach mir. Ekelhaft. Es werde Freund. Freund. Okay. Wo denn? Was denn werden? Oh mein Gott. Geht ihr denn her? Seid ihr tot oder steht ihr wieder auf? Ne, die stehen wieder auf. Das sind so eine... Wir wackeln wieder hoch, Leute. Ruhe, bitte. Dankeschön. Es werde Freund. Kamen wir von hier oder was passiert hier? Lügner voraus. Objekt voraus benötigt. Ich wüsste nicht, wo es da voraus gehen soll. Es geht einfach nur deep hinab. Gehe ich sicherlich nicht hin. Haben wir irgendwie zwei Marker auf der Map. Noch mehr Marker auf der Map? Hoffe nicht. Man kann da ganz viele von machen. Scheiße. Ich dachte, es gibt immer nur einen. Aber nein, man kann mehrere machen. Wo ist denn der erste da hinten? Dann machen wir den mal weg. Das war der dicke Drache. Gut. Weiter geht's. Na, du dickes Ding. Okay. Wer bist du? Schmiedestein. Geilo. Einen noch. Jetzt brauchen wir noch einen. Okay, das schaffen wir ja wohl. Komm, Leute. Einen Schmiedestein werden wir ja wohl noch finden. Einen letzten. Na, komm. Bleibst du immer schön tot liegen, ne? Mich der war mir hier meine leuchtenden Quallen-Kumpel-Freund. Äh, kümmern. Hoi. Los bei mir, ey. So. Wir könnten natürlich auch noch, bevor wir, ähm, den ersten Legacy-Dudgeon versuchen, versuchen, den dicken Drachen da Platz zu machen und einem Sumpf. Das scheint wohl schon zu gehen. Der ist zwar riesig und sieht gefährlich aus, aber das geht wohl. Also, ein Kollege von mir, der jetzt hier am Wochenende zu Besuch war, meinte, er hat das hingekriegt. Das wäre vielleicht auch nochmal was, ne? Also, ein Kampf wie so ein Dragon. So, ich gebe erstmal weiter hier rum. Vielleicht finde ich ja noch einen Schmiedestein. Dann könnten wir unsere Waffen nämlich nochmal upgraden. Das würde mich sehr erfreuen. Was ist hier los? Achtung, Pferd. Reiset Vogel. Verstehe nicht. Ist hier irgendwas Ekliges? Ist hier irgendwas Gefährliches? Für mich sieht das einfach erstmal ganz ruhig und chillig und normal aus. Ich sehe nichts, wovor ich Angst haben müsste. Aber kann ja noch kommen. Kann ja noch kommen. So, ich hätte gerne noch so einen Schmiedestein, bitte. Ja, moin. Reif mich mal an. Warte, ich mache erstmal den platt. Dann kümmern wir uns um den. Muss immer entspannt bleiben, ne? Hol. Alter, ich stehe so einen Meter vor dir und er aimt daneben, ey. Das könnte ich sein. Was war das denn? Das war ja eine lächerliche Nummer jetzt, ne? Also jetzt ernsthaft. Also. Das war schon ein bisschen sehr peinlich. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Dicke Quallen. Ich muss wirklich einfach mich mal mehr trauen, ne? Da bin ich damals nicht hingegangen zu diesen dicken Quallen, weil ich dachte, die sind voll übel und guckt euch das an. Nichts ist da übel. Die sind nur dick und quallig. Aber das war's. Mehr ist das gar nicht. Können wir ganz entspannt bleiben. Gut. Aber wenn wir schon mal dabei sind, dann ziehen wir es jetzt auch durch. Da vorne leuchtet wieder was. Vielleicht ein weiterer Schmiedestein. Würde mich sehr erfreuen. Wir müssen auch gleich noch ein bisschen gucken. Hier mit dem Pferd dann einmal rumgeritten. Ob hier noch sonst irgendwas ist, was von Belang sein könnte. Hallo. So. Material. Die sind alle sehr rot hier. Das ist richtig rot am Leuchten. Die merken halt, hier ist irgendwas los, ne? Die sind, äh... Und weg ist der... Was war das denn jetzt? Den hab ich ja richtig weggekegelt. Nicht so ein bisschen? Kilometer weit. Oh mein Gott. Wo kommst du denn her? Unge. So haben wir jetzt aber nicht geplant, ne? Oh. Heute. Bleibt mal entspannt, ja? Geht denn jetzt alle auf einmal her? Oh mein Gott. Du musst auch anvisieren. Oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn hier los? Man merkt es halt, wie wenig es nur noch heilt, ne? Weil wir schon so stark geworden sind. Oh. Das war dumm. Ich wollte gerade mal diesen Block probieren, aber ich hatte das Schild schon draußen. Das geht natürlich nur, wenn du das Schild nicht schon draußen hast. Dann kannst du den hier nicht machen, weißt du? Wenn das Schild schon draußen ist. Okay, uns geht es aber noch gut. Es ging uns erst super, jetzt aber schon wieder weniger super, weil ich ein bisschen aufs Maul geblickt habe. Aber alles gut. Das wird. Hau doch mal diesen beschissenen... Genau. Dankeschön. Ich bin eigentlich auf der Suche nach einem weiteren Schmiedestein. Das würde mich am meisten erfreuen. Was ist das? Ah, noch so einen. Und eine Möglichkeit, die Dinger möglichst einfach platt zu machen. Das wäre auch cool. So ein Stump oder sowas wäre cool. Okay, weiter geht's. Ich ziehe mir mal noch so ein Ding rein. Guck mal, wie wenig mich das nur noch heilt. Ich habe echt ein bisschen scheiße geskillt am Anfang. Ernsthaft. Ich hätte mehr auf Decks gehen sollen, weil das Schwert, was ich mir ausgesucht habe, das braucht Decks. Und deswegen bin ich so sehr auf Decks gegangen. Jetzt muss ich halt... Das Problem ist, dass wir jetzt schon soweit gelevelt sind. Und jetzt... Ne? Jetzt kosten die nächsten Level-Ups richtig. Oh, nun wird das schwierig, das noch aufzuholen. Damit ich möglichst zeitnah an dieses Schwert rankomme. Und reskillen dauert noch. Es gibt nachher eine Möglichkeit zu reskillen, aber da sind wir noch nicht. Machen die auch irgendwas, außer mal so gelegentlich mit ihren Tentakeln so ein bisschen in deine Richtung zu ballern? Ich glaube nicht, ne? So, Schmiedestein. Bitte, bitte, bitte. Asche der Soldaten von Gottrick. Ah, okay. Auch nicht schlecht. Zwar nicht das, was ich wollte, aber cool ist trotzdem. Den anvisieren bitte, was du machst. Iiiiih, was soll das denn jetzt? Hab mich hier so wohl gefühlt. Und dann kommt ihr da an. Und bei dir wär's jetzt, ne? Oh mein Gott. Du hörst auch hier aus deinem komischen Quallenabster, irgendeine Scheiße raus zu orgeln, ja? So, was gibt's hier noch? Magiefett. Na geil, damit mach ich immer meine Pfannkuchen, Alter. Brat doch immer Fleisch im Magiefett an, ne? Weißt du, der Otto, der nimmt Butter oder sowas, aber die richtig coolen Boys und Girls, die nehmen Magiefett, ja? Denn nur Magiefett gibt das richtige Aroma, was du brauchst. Ist so. Aber das wissen halt auch nur die wenigsten. So, ich glaube, dann sind wir hier durch. Ich check nochmal eben die Gegend. Du checkst es nicht. Hier noch irgendwo an der Wand noch eine Katakombe oder sowas. Das kann ja alles sein, aber es sieht sehr dunkel und sehr katakombenlos aus. Boah, scheiße. Voll verkackt. Komm schon. Ach, das wären schöne Rohstoffe gewesen. Naja. Passiert. Es ist stürmisch, es ist dunkel, aber es scheint hier nichts mehr zu sein. Oh, da ist noch ein Wildschwein. Okay, aber hier ist wohl nichts. Gut. Nur noch ein Pilz. Dann sind wir hier erstmal durch. Dann geht's weiter. Lass mich mal eben gucken. Und zwar. Wir waren ja... Irgendwo ist so eine geile Kirche. Totenwasserdorf. Wo mag die sein? Ich weiß, dass es irgendwo eine Kirche gibt. Gut. War das die... War ich das schon? Bin mir nicht sicher. Es gibt irgendwo eine Kirche und da kann ich meinen Estosflakon umeiern. Aber ich weiß nicht genau, wo die ist. Die könnte auch in dem Bereich sein. Könnte aber auch hier irgendwo sein. In diesem Bereich. Hier waren wir auch noch nicht wirklich so viel unterwegs, ne? Hier in diesem Bereich. Was wir jetzt auf jeden Fall mal machen können. Mann, das hat mir auch einer von euch in den Kommentaren geschrieben. Ich hab den Nick jetzt nicht mehr parat, weil das ist ein bisschen schon sehr lange her. Das war damals, dass ich das erste Mal in das Schloss hier reingelatscht bin. Man kann sich den Kampf hier gegen den ersten Boss, der den Eingang überwacht, ein bisschen einfacher machen. Und das werden wir jetzt auch erstmal mal tun. Was haben wir denn hier? Zauberin Seddon. Wir gehen jetzt erstmal... Ne, wir gehen hier hin. Das war eigentlich ein schöner Ort. Gehen wir mal da hin. Wir müssen unbedingt... Noch ein paar Schmiedesteine finden. Also diese Kirche ist irgendwie im Übergang von Limegrave zu diesem grauen Gebiet. Das könnte also hier sein. Das könnte aber auch hier irgendwo sein. Hier unten waren wir auch noch gar nicht hier. Könnte man auch nochmal gucken, was da so ist, ne? Wenn wir mal da so lang gehen. Aber bevor wir das jetzt tun, machen wir folgendes. Dicken Krabben sind auch wieder da. Die werden wir jetzt aber erstmal wegignorieren. Und ich muss mal ein bisschen mehr mein Pferd benutzen. Und zwar kann man sich diesen Endbox-Kampf ein bisschen einfacher machen. Dafür muss man aber vorher quasi eine kleine Quest machen. Und das machen wir jetzt. Nebenbei können wir mal gucken. Ich war ja auch bestimmt hier oben noch nicht überall. Ich sehe wieder irgendwelche Dullis. Los, 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 los. Zack. Pool-O-Mart. Material einsammeln. Man kann mit dem Pferd glaube ich auch über diese komischen Köpfe, wo ich die mal drauf haue und dann gehen die nicht kaputt, kann man auch drüber reiten. Ich möchte bitte deinen wunderschönen Hals haben. Dankeschön. So der dicke Drache ist bestimmt immer noch da. Den sollten wir uns vielleicht mal wirklich langsam mal stellen. Ich glaube wir kriegen den schon hin. Man soll das irgendwie mit dem Pferd machen, wo der mitgeteilt. Wir könnten das schaffen. Aber gut, wir machen jetzt erstmal das, was ich vorhabe. Dafür muss ich jetzt nochmal gucken. Genau. Wir müssen jetzt hier rein. Da sind wir sogar schon mal anfänglich reingewandert, aber haben es nicht zu Ende gebracht. Wenn ihr euch noch erinnert. Ist ein bisschen her. Okay. Ich gehe da jetzt mal durch, okay? Ohne Pferd erstmal. So. Moin. Vielleicht wegen dem Untoten. Könntest du bitte das Feuerfeld aus meiner Fresse nehmen, Alter? Jetzt kriege ich ja aufs Maul. Stehen die wieder auf? Ja. Ich habe Bock drauf, ne? So. Oh, kacke. Ich habe es mal versucht. Ich habe es mal wieder versucht. Aua. Aua. Wir kriegen das schon hin, Leute. Man muss da einfach entspannt bleiben, ne? So. Uh. Und dann schaffen wir das schon. So. Okay. Ist vielleicht einer, der meint, er muss ein bisschen aus der Distanz auf uns schießen. Hallo. Lass mal stecken. Danke. Ah, das Charakter-Design ist auch so geil, Mann. Das sieht alles einfach geil aus. Das Game ist einfach stimmig. Alles sieht so richtig schön herrlich abgefuckt aus. Einfach nur nice. So. Okay. Also. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Hier wird irgendwo wohl, glaube ich, eine Höhle sein, wurde mir mitgeteilt. Und in der Höhle gibt es einen kleinen Endboss-Kampf. Und wenn wir den dann platt machen, dann will ich auch noch nicht spoilern, was da passiert. Aber das habe ich jetzt schon netterweise beigepult bekommen. Und das wird uns den Kampf ein bisschen erleichtern. Aber dazu später mehr. Ihr dürft mir auch, wie gesagt, gerne solche Tipps ruhig reinschreiben. Also ich bin hier zwar blind unterwegs, aber ihr dürft mir durchaus trotzdem Tipps und Hinweise und gehen mal da hin. Oder da ist noch eine Kirche. Ruhig mit schon konkreteren Wegangaben. Ist kein Problem. Also das finde ich ist jetzt nicht zu krass. Klar, es ist lustig mir zuzusehen, wie ich blind komplett verkacke. Aber ein bisschen Progress ist ja nie verkehrt. So, was haben wir denn hier? Vorsicht vor Dieb. Hätte ich nur dies. Gut zuhören. Okay. Gerade erst begonnen. Und das ist klar. Meine Lieben, gerade erst begonnen. Aber jetzt machen wir erstmal... Wow! What the fuck? Da ist eine Invasion. Schiedikowski. Und ich habe den blöden Ring noch nicht ausgerüstet. Scheißdreck. Blocken, blocken, blocken. Jetzt wird gar nicht mehr오 decibel gegeben. Alter! Was?! Oh-oh! Oh, ich kriege Hilfe. Dankeschön. Der goldene Mann ist am Start. Weg, 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 weg. Oh Gott. Nein, 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 du wirst hier nichts trinken, mein Freund. Geilomat, Alter. Das war unerwartet. Er ist tot, er ist tot. Blutigen Finger besiegt. Reduvien. Nerius' blutigen Finger. Jura, Jera, irgendwer kehrt wieder zurück. Als sein Ziel erfüllt war. Das war einer, der gerufen wurde, ne? Als weil ich invaded wurde mit diesem lustigen Ring, den ich bekommen habe. Kann das sein? War das das? Wäre mega nice. Aber, meine Lieben, wir machen jetzt erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt uns soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es bei den Däumen, da. Kommentar und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Paar wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs. Bis zum nächsten Mal. logging in. Untertitelung des ZDF für funk, 2017